Hi, ich bin Lukas und ich zeige euch heute den Trick mit dem zerschnittenen Geldschein. Alles was ihr dafür braucht, ist ein Umschlag mit einem wuchsichigen Fenster, ein Geldschein und eine Schere. Ich packe den Geldschein in den Umschlag. Und zwar so, dass man ihn hier im Fenster noch gut sehen kann. Jetzt nehme ich die Schere und schneide den Umschlag einfach in den Leid hoch. Wenn ich jetzt den Umschlag zerreiße, kann ich meinen ganzen Geldschein aus einem zerschnittenen Umschlag ziehen. Der Trick ist wieder mal ganz einfach. Ich habe vorher eine kleine Kerbe in die Rückseite des Umschlags geschnitten. Einfach so ein kleines Stück herausgenommen. Wenn ich jetzt den Geldschein in den Umschlag packe, so dass man ihn vorne noch sehen kann, habe ich auf der Rückseite den Geldschein genau in dieser Lücke. Wenn ich jetzt die Schere ansetze, achte ich darauf, dass die Spitze der Schere hinter dem Geldschein ist, sodass ich diesen nicht zerschneide. Jetzt kann ich einfach den Umschlag bis fast ganz oben durchschneiden und das letzte Stück zerreißen. Das wirkt immer noch ein bisschen spektakulärer, da gibt es noch ein Geräusch dazu. Und nun kann ich einen ganzen Geldschein aus einem zerschnittene Umschlag ziehen. Super einfach zum Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.